Und zum nächsten LOL Gameplay und zwar spiele ich Canon, der hat gar keine AD-Preset, ist natürlich ärgerlich, aber gut. Ach ja, so ein kleines Team und ihr könnt hier erleben, ein Diamant 1 Trash, der auch letztes diesen Diamant 1 war, also wenn der keine Pro-Moves hinlegt, dann, äh, ja, hat der, tja, naja, egal. Dann ist ja schlecht, so einfach ist das. Komm, geh voraus! Tja, muss ich face-checken, leck mich. Ja, die machen wohl den Red zuerst und kann man trotzdem auch in Blue schauen, ob hier irgendjemand noch kommt. Ja, ja. Tieren mal als Trash. Keine Ahnung, gut sein. Man merkt nicht, langweilig nämlich schon. Ja, AD-Kennen, das ist nicht schlecht. Mal schauen. Nein, Attack Speed. AD-Kennen halt. Blade of the Ring King. Mal schauen, vielleicht ist der Deck schief, mal schauen. Da unten wird so langlaufen. Ich hab ja immer so Paranoia-Dinge, wenn ich durch Büsche laufe. Wer haben wir denn überbezeichnet Feind? Ähm, Zyra und, äh, Ash. Ezra ist wahrscheinlich AP, Ezra, war ja klar. Bordline fehlt noch. Oh, da ist die Ash. Hi, Ash. Gleich mal ein Shuriken in die Fresse. No, da ist gewordet. Gay. Ich war heute Stoffe 3, um die Instant Stunt zu können. Das ist halt das Problem. Hehe. Das Pflanze. Das Dodging Skills. Verpiss dich, Lissin. Wow, really? Ich hab gesagt, verpiss dich. Bitte nur hier, geh mal weg, Junge. Bleib mal ein Blitzschiriken, da ist es. Ja, haben wir das Fastball auf der Zyra geholt, hab ich meinst verignet, verbraucht, aber... Das ist okay. Kaufen wir uns einfach mal ein Vampire Scepter, kann ich schaden? Huch. Piss dich, kriegst mich nicht mehr. Ja, kaufen wir uns Boots und einfach mal ein... Tja. Tja, na gut, kaufen wir uns ein. Der Tag-Speed-Item. Ja, Top-Line hat gelost. Elise. Gedeifft worden von Aatrox und... ...Zack höchstwahrscheinlich. Ja, Riven kann damit dann natürlich gar nichts tun. Warum auch Riven in der Mitte pickt? Also, das muss mir der... Ich weiß gar nicht, welcher Elo der war. Das muss mir derjenige dann erklären. Habt ihr ne Klatsche, Alter? Draußen ist es auf einmal überhell. ...Duck-Diamat-1-Typ. ...Duck-Diamat-1-Typ. Da liegt noch ne Seele, du Doof. Da liegen Seelen. Bist du behindert? Ja, ja, ja. Na, das war ja mal dumm. He-He. Was hat denn eigentlich Riven hier zu suchen? Ich hoffe, meine Luminates zu nehmen. Ich kenne das so geiler, Champ. Ja, auf einmal die Minions zu nehmen. Da ist ein. Gay-Typ. Tja, hätte man erworben sollen vielleicht. Eventuell hätte man erworben sollen. Nein. Den Minion nicht bekommen. Ih, Sarah ist wieder da. Boah, gehen die mir auf die Eier hinter mir. Das wird immer wieder hell und dunkel. Diese Kack-Autos, die da immer vorbeifahren. Jetzt scheiße sind. Ja, reflektieren. So hin, die Gate-Typen. Auf dem Auto zu fahren. Alter. Ich geh gleich raus und schlag die alle. Na, ist gedutscht. Ich glaube, die Riven ist Gold. Eins. Schaue ich gleich einfach mal nach. So, weil ich mal wieder beben. Also, leider ist gut. Das ist jedenfalls nicht. Ach, ja. Cannon ist stark. Aber, wenn die anderen Lades losen, wie immer eigentlich, dann kann man das natürlich nicht carryen. Geh ich mal stark von außen. Ich geh jetzt schon massig Gold. Ich möchte irgendwie noch nicht beben. Nein, mit mir krieg ich nicht. Ich habe gerade etwas merkwürdiges im Chat gelesen, aber dabei ist on the way und ich habe irgendwie irgendwas mit sexy gelesen. Tja, fragt mich nicht, wie ich darauf komme. Frage mich selber. Ja, ich bin Stufe 6 und ich bin echt immer noch Stufe 5, ich bin fast Stufe 7. Cannon ist so stark, man. Aber hier habe ich nicht mehr Items, das ist ja das Geile. Wenn ich einmal B bin, dann habe ich erstmal meine Boots wieder. Na, ich muss erstmal B. 3-0. Das komplette Team an Kills habe ich geholt. Also, na gut. Boah, können die mal bitte dodgen? So, jetzt gucke ich nach. Riven, Gold 5, Elise, Gold 1, Cannon. Achso, das bin ich. Riven, Gold 5, Alter, die sind so schlecht, man. Komm, Minion, hör auf mich zu blocken. Finde ich jetzt nicht cool. Meine Ulti ist gleich wieder ready. Oh, shit. Sehr schön. Ulti und Dings raus, aber... Oh, lol. What the fuck? Dieser Volli, Mann. Der hat mich überhaupt gar nicht getroffen. Es ist wirklich das Denglish Komm alles weg Mit einem Rutsch haben die unseren kompletten Tower weggehauen, Alter, what the fuck Ja, die haben ein 1 Trash, also, Wahnsinn Ja, ich bin ein Idiot, weil ich mit Gold 5 bin, ich besser bin als du, Loser Aber hey, okay Ja Die Leute wollen sich ja niemals Accounts kaufen Wow Seriously Wenn ihr den nicht kriegt, Alter, dann reporte ich den ohne Mist So schlecht kann man doch nicht sein Ja, tschüss, da unten lang Gönn dir Wie wär's, wenn du mal wartest? Hier, die scheiß Büsche Du Idiot Kann ich ja noch besser Support spielen Tja, und der bleibt natürlich stehen Ja, Artox ist jetzt schon, äh, 5 Millionen Mal Bot gewesen und Die Sin einmal am Anfang und, ja, die Wolfen auch einmal Aber wär echt nice, wenn der Lee Sin mal seinen super tollen Skill hier unten auf der Botland beweisen würde Es sind null Worts auf der Map Könnt ihr scheiß Idioten mal Worts kaufen, ihr kack Goldspacken? Ja, genau, Gold, 1 Elise, mit 0,3 Alter, Warden Du Vollidiot Oh, wo läuft denn der Trash hin, Mann? Ist der Hohle in der Birne? Der sollte sich diesen kack dragen Ist egal Ist egal Ist egal Ja, das ist echt traurig, dass, äh, der Trash sich irgendwie hat den Egg gekauft oder so Weil der ist so grottenschlecht Kann ich echt nicht verstehen Und da hat der Nächsten, ja Natürlich war da ein Pink Ward Das glaubst du denn? Die Feinde sind intelligent Unsere natürlich wieder nicht Wow Einfach nur Ihr seht, dass hinter euch jemand ist, oder? Das ist Diamant 1, ohne Witz Ohne Witz Ernsthaft, ja Ey, warum stirbt der denn nicht? Äh, Alter, so viel CC, Mann Oh, Mann Ist das peinlich Was man als Diamant 1 bezeichnet Mann, what the fuck Hört euch auf Kannst du kauf Meine Fresse Was ist denn das bitte für ein Team Was ich hier im Normal kriege Na, tu mal die Fresse, Riven Ja, relaxen Das ist immer die Ausrede Von einem normalen Spiel Um zu relaxen Genau Von 3-0 auf 3-3, Alter What the fuck So ein Loser-Team Ja, komm, mach Schlecht muss man sein Gegen den Ezreal Gegen den AP Ezreal Wo man einfach nur dodgen muss Kann doch nicht sein Dass es für Idioten hier an diesem Spiel gibt Ja, Trash Du bist der Beste Wow Wie, what the fuck Wie lange bin ich gestunnt Habt ihr das gesehen, Alter Wie lange ich gestunnt war Sicherlich, Alter 5-6 Sekunden Stunnt Genau Wow Ist richtig Die Riven steht da Die ganze Zeit da Shit Dumm Wie immer steht die da Das Team ist so nutzlos Ja, wer hat natürlich wieder den meisten Teil der Kills geholt Die Botlane Und wer war auf der Botlane Niemand anderes als ich Die Riven steht die ganze Zeit da Und schaut Dass die Leute sterben Unfassbar Ja Riven reportet Dafür, dass die ganze Zeit nur im Jungle steht Und nichts tut Dem Team absolut nichts hilft Ja, wir hatten natürlich die meisten Kills Die Silberleute Gold 5 kann man ja noch als Silber bezeichnen Naja War ein schnelles Game Unfähige Leute natürlich wieder Wauw Killed bei Minions Oh mein Gott So peinlich Kannst du ja keinem zeigen Den Scheiß Was ist das? werden wir aufgeben scheiß kannst du machen du kleine notte ist das peinlich man was weit wie viele leute mitspielen lässt so dumme hässliche kack kinder mit dem die schule erspacken noch mal ja so chillen die diamantleute im norme rum anderen leuten das game faser und so ist richtig das zeichnet euch super toll aus ehrenhaft super ihr seid echt die besten das nenne ich relaxen ich relax auch immer wenn ich euch alt in die fresse schlage das da relax ich immer richtig hart ja 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 die könnten so easy fighten, aber die Riven tut nichts ach, ich vergas, die Elise, Riven und Trash sind ja Primates ja, klar, so muss das sein stimmt, die waren ja Primates ja, das erklärt natürlich alles, warum die so gut sind leider nicht, keine Lust, ob noch ein Toad komm Arthrox, verpiss dich selbst WTF sind die dämlich, Alter tja, das ist typisch, typisch High-Elo dumm bis zum, geht nicht mehr das ist der Grund, warum ich keine Ranked spiele ich möchte gern vollidioten, der ich nur um Team 70 die ganze Zeit ne, 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 right habt jetzt einen geilen High-Elo-Player weniger, das ist mir doch schnuppe das stört euch sicherlich auch nicht und mich erst recht nicht guck mal, das nennt man Dodgen, ja das ist was diese Blitzpeak immer jedes Mal tun ach ja da ist keiner drin, die sind beim Barrel, du Vollidiot Alter, wie lange man gestunt ist, das ist so krank F*** euch tch, lecherlich wie lange man gestunt ist durch diesen Ash-Ero 1-8 Riven, also da relaxen die High-Elo-Player, what the f*** Leute das müsst ihr euch gönnen so gut, wie die sind, ey Scheiß tun und euch helfen, könnt ihr vergessen Schlagen, macht was ja, genau, ich kann mich nen Scheiß bewegen, ihr Wichser es ist peinlich, was solche Leute für Leute spielen, man das ist nie im Leben relaxen, lol, ihr seid einfach nur so schlecht der Lee Sin ist der einzig Gute und das zurecht, er ist Silber 3 und das spielt besser als Diamant 1, Leute ist ja wohl peinlich, oder? Lächerlicher LOL abschaum, alter ja, Chased in Ezreal ach, ist jetzt okay ja, ohne Witz, die sind so schlecht da ist kein Red, den hab ich mir genommen vorhin mein Gott bisschen überlegen schadet auch nicht am Sonntag, oder? Piss dich, Revan ähm 10-0-6 das ist ja auch nicht viel das ist ja in jedem Norm so ah, hey, Diamant, Leute können ja 1 vs. 9 carry, warum kann der das nicht? boah, kannst du da langlaufen dann sterbe ich ja nochmal euch gejungeln Jake 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 ist bestimmt weg, war? Jake hi Jetzt sind alle noch hier Nein, das ist unser Drake Unser Drake Ich kann nicht schreiben, warum kann ich nicht schreiben? Ja, adekinnen Gameplay mit Diamant 1, Trash als Supporter und super toller Riven und Elise Also danke Riot für diese Leute im Team Da bin ich immer so total erfreut diese Leute im Team zu haben Die so viele Emotionen in dieses Game stecken Und so viel Lust und so viel Hilfsbereitschaft durch die Teamkameradschaft und das Game gemeinsam verlieren wollen Also Riot, danke dafür, dass ich solche Leute ins Team bekomme Und keine fähigen Leute Aber es ist Sonntag, ich verzeihe euch Nicht